Hallo, ich sollte damit wahrscheinlich eigentlich bis zum 24. warten, aber ich habe mir gedacht, was soll's. Heute gibt es im Adventskalender ausnahmsweise mal wirklich etwas für euch. Ihr kriegt nämlich von mir ein Spiel geschenkt, beziehungsweise einer von euch, ein Glücklicher. Und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze so. Bis heute, also 21.12.22 Uhr, werde ich irgendwann in der Kommentarsektion unter diesem Video einen Link posten. Und wer als erster diesem Link folgt, erhält The Long Dark für PC von mir geschenkt. Ein paar Tage haben wir ja noch, aber trotzdem in diesem Sinne schon mal schöne Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020